Morgen ist Aktionstag. Bei der Feuerwehr. Also ich meine, heute ist Aktionstag. Da ist ja noch einer drin. Mach mal auf, ey. Mach auf. Nee. Mach auf. Juuu. Ne? Mach auf, ey. Komm, was ist denn da? Ich will das nicht. Ich will das nicht. Wo ist er wohl? Ich kann dich nicht sehen. Und sie? Ne? Was ist denn das hier? Das nennt sich Feuerwehr. Das ist die Feuerwehr. Julian, was warmen heute? Nein. Was ist denn heute machen? Wir machen heute Buchsovett. Da habe ich doch schon gesagt, du bist als Kameramann einfach zu langsam. Du verpasst die Seite. Das ist ja einfach schon zu schnell. Erklär mal hier folgende Situation, was wird gleich geschehen. Ein Löschvorgang zu dem Container. Fahren Sie gern Feuerwehrauto. Ja, so gelegentlich. Was halten Sie von diesen Lüfter? Super! Ja! Lüfter! Ja! Ja! Lars, was ist das eigentlich hier? Das Gummi ist schon voll abgefahren. Da müssen echt neue Reifen drauf. Was soll denn die Scheiße? Wie ist die Bockwurst? Die ist gut. Die ist heiß. Heiß oder fettig. Stopf dir es rein. Noch einen, noch einen, noch einen. Den da bitte jetzt. Also ich gehe mal davon aus, die nächste... Psst! Das A ist in R. Wofür ist denn die? Hier, mach doch mal die Sirene an, bitte. Ich danke dir. Lagebericht. Lagebericht. Es ist alles vorbei. Alles. Alles ist vorbei. Aber das müssen wir nächstes Jahr noch besser machen. Richtig.